Säurentafels mit dem Modell Gulliver Spagat. Ein Esstisch Nussbaum, massiv 2,60 m auf 1,10 m. Mit wunderschönen Stahlfüßen, sehr stabil. Und die Platte ist hier aufgedoppelt, damit die Technik unter dem Tisch verborgen bleibt. Eine wunderschöne Platte. Ein Tisch für 8 bis 10 Personen. Da können Sie drauf tanzen. Einmal vorhanden. Klicken Sie rein. Viel Vergnügen.